Grüß euch! Wollt ihr euch an die Skikarten bereit? Der Winter ist da! Skifahren macht heuer wieder richtig Spaß. Coteus und Gastronomie sind wieder offen. Es gibt keine Kapazitätsbeschränkungen und eure Skikarten könnt ihr ab sofort online reservieren. Wie das geht? Kinder Likes, Hermann. Auf www.snow-space.com slash Ticketshop könnt ihr eure alten Kikarts aufladen oder eine neue bestellen. Egal ob Tagespass oder Saisonkarte. Stimmt's, Hermann? Du bist ja schon ein Vollprofi. Ich weiß. Jetzt komm, ich will nochmal fahren. Wer heuer im Snow Space Salzburg Skifahren will, braucht auf alle Fälle einen 2G-Nachweis. Den könnt ihr gleich online bei der Bestellung hochladen. Oder einfach bei der Kassa vorweisen. Stimmt, genau. Aber schneller geht's natürlich online. Juhu! Zack! Ja! Hermann, schau, die Hütten haben wir da oben. Können wir da was essen gehen? Ja, da in der Gastro gülten wir in allen anderen Restaurants. Warte, warte, ich weiß, es ist die 2G-Regel, oder? Genau so ist es. Aber das ist vom Infektionsgeschehen fähig. Und das kann sich natürlich im Laufe der Saison ständig ändern. Drum ist es wichtig, dass man sich vorher über die aktuellen Bestimmungen informiert. Auf snow-space.com Hermann, komm jetzt. Ich hab Hunger. So macht Skifahren Spaß. Aber jetzt gibt's einen guten Kaiserschmarrn. Spüre den Herzschlag der Alpen. Boa. är. Du musst. Dann. Ich bah Authority. Wir sprechen tecken jetzt.